Musik Jawohl, Feuer Busch Was sagen unsere Bäumchen? Ich hab hier noch was da Ah, kommt doch bald Essen wir zu viel, äh, was ich meine Da, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Schade drum Ähm, was wollt ich machen? Ach so, was sinnloses Spawn Immer noch kein Bogen Stufe vier, Stufe zwei Stufe vier Schrander Level 3 Hey, ja Brauchen vier Hm, Mist Ich stell den Benkel in und sitz noch im Boden Also echt, ey Dann verticke ich die wieder Wenn ihr sowieso da rumhockt Kann ich die auch gleich verticken Jo, hab ich mehr von Was soll mir den Schrander mal bauen lassen Damit der hochlevelt Irgendwas Wichtiges Was andere vielleicht wichtig brauchen Holz-Sicherheits-Banner Laternen Türen Türen Armatische Stühle Bänke Irgendwas muss ich den machen lassen Egal was Sonst krieg ich den nicht hochgelevelt Was ist mit dem Herrn Ingenieur Immer noch nicht Stufe drei Ah Ja, irgendwann Ist einfach mal Die Luft raus Ich weiß im Moment nicht Was ich tun soll Was könnte ich denn bauen Wir brauchen Quasi Brauchen wir jetzt nur Holz Aber Gebäude Ich hatte mal so einen hohen Turm gebaut Was aber Nicht so gut war Nur damit die überhaupt mal bauen Bauen wir jetzt Jetzt haben wir ein, zwei, drei, vier, fünf Sechs Sieben Elf Fünfzehn Fünfzehn Und Hier haben wir ein Holzhaus Nochmal vier Sind neunzehn Wir haben nicht genug Betten Also müssen wir eigentlich noch Eine Unterkunft bauen Ja, die sind noch nicht ganz geheilt Müssten wir noch eine Unterkunft bauen So eine oder so eine Lebensschlafsaal Bauern Zack Noch wieder vier Betten Und Dann haben alle ein bisschen was zu tun Ne Ja gut doch Der kann weiter Dings machen Äh, wie heißt es Ja, schön Ähm T-Können machen wir Wir in drei Tagen Und werden euch eine Weber-Spindel Was soll ich damit Ich hab' einen eigenen Weber Nicht gedacht, aber Leider momentan nicht Hm, da sind noch zwei Ich hab' keine Heilsäfte mehr Einen Einen Heilsaft hab' ich Sind da Verbände? Ne Seidenballen Grober Verband Okay Wo hab' ich denn Seidenballen her? Seidenballen her? Umbaubar zur Fäden Wo kriegen Wo haben wir die denn Jetzt überhaupt her? Schon seltsam Naja, denn Dem Essen, das passt mir auch nicht Es verdirbt zu viel Es verdirbt einfach zu viel Das ist ärgerlich Ja gut, wir könnten hingen und verkaufen Unsere Küchenfee Macht nischt Haben wir auch nicht viel von Hm Hauptküchen Brot haben wir keinem gemacht Ach, Eier muss ich wieder kaufen Stimmt Das ist es Ein Hirtenstab Aber den muss der Der machen, ne? Den hier Was hat denn jetzt unser Schreiner? Stufe 4 3 hat der, ne? Wo ist denn der große Mann mit der Säge? Da ist er doch Level 3 Hm Aber er baut noch Das heißt Er, sie Er oder sie Mal gucken Da ist noch Platz Ja Da kommen wir durch Das müssen wir hier in der Leiter hinstellen Hier weg machen Und eine Leiter hinstellen Bäumchen Bäumchen Apropos Bäumchen Wie sehen wir aus? Mit Bäumchen Ja, kommen bald Können wir bald wieder ein paar Bäumchen hinsetzen Hm 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 Ach, Ziegel Oh, er macht Ziegel? Er macht Ziegel Jawohl Das ist gut Aber man müsste die Türen austauschen Türen und Fenster Warten wir eben Kann ich doch machen, ne? Bearbeiten Das Haus möchte ich bearbeiten So, Ziegelsteine Pause Und das kann ich Da kann ich nix ändern Okay Da kann ich nix ändern Schade Bearbeiten Geht bearbeiten Nö Bearbeiten geht nicht So Ja, komm weiter 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 Mach mal erst mal weiter Hätte ich vielleicht am Anfang bearbeiten sollen Na gut Was soll's Shit Drop Ne Draufgeschissen Müssen wir noch eins bauen Oder zwei kleine Könnten hier drinnen so zwei kleine bauen Hier vorne haben wir auch noch hier Aber da kommen ja die Bäume wieder Ne, die Bäume mach ich Ich glaub ich mach die Bäume hier hinten hin Hier der Platz ist viel besser für Bäume Dann kann ich besser hier Zwei Reihen Häuser bauen Ja, ist doch so Wie sieht das denn aus mit Kleinen Häuser Die Schmiede Lehmspeisesaal Lehmhaus für zwei Kleines Lehmhaus Nö Lehmspeisesaal Ne, aber ich könnte Ein Holzspeisesaal, ne Speisesaal Aha Zehn Holzstühle Zwei Fenster Zwei Wandlaterne Viermal Esstisch Einmal Holztür Bauen Wo soll der hin? Wolltet ihr, was haltet ihr von hier? Ne, Moment Speisesaal 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 Moment Speisesaal Da haben wir doch auch Futter Dem würde der stören Hier würde der auch stören Ärgerlich Wenn wir den so drehen Einfach hierhin Dann steht er zwar vor der Tür Aber Passt Gut gemacht Kleine Stadt Ihr habt zwei weitere Nachrichten Willet auch Gemäht Jo, das war ziemlich cool Zu den großen Komponenten heraus Der groß Der großen Macht Sucht Macht Macht zu besiegen Wie sie auch macht Gehört alle Einzelnen Die schaffen wir auch Ich hab schon anged Er ist krank Wenn sein Stern fällt Werden seine Männer Und die Wildnis Sogen Und Ärger Zu sich Steigen Orga Was? Nein, danke Danke, denke ich Die können durch die Wand schießen Ja 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 Es wird schwerer Es wird schwerer Wo sind meine Soldatschen Tut dir nix Hä? Da geht's los Das meinte ich Die können mit die Pfeile Sind die ganz schön flink Das ist das Problem Mit die Pfeile Sind die ganz schön flink Weil die von ziemlich weit schießen können Und die gehen alle auf einen los No Vita Level Tags Oh 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 Teilt euch doch auf So zum Beispiel Genau Ja Boah Auch nochmal geschafft Hey, cool Oh, da geht einer pennen Im falschen Haus Nee, doch nicht Passt schon Äh, genau Wupp, ihr könnt hier da loslegen Boah, wieder ein Angriff überlebt Gott sei Dank Manchmal Ingenieur Level 2 Effizient reparieren Wow Sehr schön Aber er kann immer noch nicht das machen, was ich möchte Das hier Das hier Da muss er Level 3 sein Mist Das ist natürlich Mist Ärgerlich und Mist Jetzt habe ich ein Problem Ich muss mal zur Toilette Ach, Mann, oh Das heißt Ich lasse euch mal kurz hier Mit einem schönen Blick alleine Und bin in 2-3 Minuten wieder zurück Ausmachen So, dann könnt ihr sehen, ob die bauen und alles machen und tun Und, ähm, ja, genau So Ich bin auch ganz schnell Bis gleich Ich bin auch ganz schnell Und, ähm, ja, genau Und, waren sie fleißig? Ja, ich habe doch gesagt Ich bin ganz schnell wieder zurück So Und wieder alles am futtern Ja, jetzt haben die mir das ganze Essen weggenommen Ja Ah, das wird jetzt immer schwerer Es wird immer schwerer Den Marktstand müssen wir schon schieben Der steht ein bisschen blöd Den stellen wir woanders hin Den stellen wir erstmal hier hin So Hab ich, glaube ich, mehr von Dann kann ich hier noch ein Feld anlegen Ich glaube, das muss ich haben Das werde ich haben müssen Er baut auch noch Er baut auch noch Er baut auch noch Ja, wird gebaut Öp, kommt der denn jetzt her Holz haben wir noch satt Ich mach noch ein Feld Ich muss noch ein Feld anlegen 10 mal 10 Maximal 11 mal 11 Okay Okay Was machen wir denn da? Goldener Kürbis Kürbis haben wir auch Wassermelone Kaktusblüte Mais Mais? Wir haben Mais Mais Ja, komm, Mais Machen wir mal Mais Nein, kein Mais Wir machen Kürbis Da kann man nämlich Kürbiskuchen machen Hier, glaube ich Erstmal gucken, was wir überhaupt haben Hier Ist das Kürbis? Äh, Fruchtkürbis Mais Baby Karotte Wassermelone Nee Da müssen wir doch Dann lieber Mais Dann mach ich lieber Mais Dann lieber Mais Okay Das heißt Essensversorgung ist jetzt auch hochgepusht Oh, da sind sie schon fast fertig Ich hab mich